Hallo zusammen, darf man Kriege nachspielen, während sie real stattfinden? Das ist jetzt ein Thema aus einem Spiegel Online Artikel, den Markus Böhm vor circa zwei Wochen verfasst hat. Und Markus Böhm ist jetzt freier Journalist, der sich unter anderem mit Videospielen oder Internetthemen auseinandersetzt. Und konkret geht es jetzt dabei um ein Handyspiel namens Bomb Gaza, bei dem man als israelischer Kampfjetpilot feindliche Hamas treffen und Zivilisten verschonen soll. Und das Ganze ist jetzt im Google Play Store angeboten worden und wieder entfernt worden. Also wie es scheint, gab es eine Menge Beschwerden über dieses Spiel, so dass sich Google gezwungen sah, es aus seinem Repertoire zu nehmen. Ja und wie es sich jetzt für einen guten Journalisten gehört, lässt es Böhm jetzt offen, ob man reale Kriege in Spielen nacherleben sollte oder nicht, sondern er beschränkt sich jetzt einfach darauf, die Fakten zusammenzutragen und man kann sich jetzt selbst eine Meinung dazu bilden, wenn man möchte. Also die meisten von uns sind ja wahrscheinlich schon mit dem Thema irgendwo aneinander geraten, denn die meisten Action-Shooter orientieren sich ja zumindest an ähnlichen Szenarien, die tatsächlich existieren. Also so kämpfen zum Beispiel in Battlefield 3, ich glaube 3 war das, also da kämpfen ja die Vereinigten Staaten gegen eine Terrororganisation im Mittleren Osten und auch in Call of Duty 4 geht es jetzt gegen Terroristen auf diesem Gebiet. Tja und bei mir oder genauer gesagt bei Gruppe W, diesem kleinen AMA-3-Clan, da kam das Thema vor einigen Monaten auch auf und zwar ging es da um die Ukraine. Ihr erinnert euch ja daran, dass dort Ex-Präsident Janukowitsch abgesetzt wurde und die ganze Sache mit der Krim und den Protesten heiß wurde. Also es gab ja anfangs, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Straßenschlachten, aber auch dort gab es tote und heftige Gewalt. Und währenddessen haben sich einige Spieler bei uns gefragt, ob man überhaupt noch Szenarios rund um die Ukraine machen dürfte. Und naja, als es dann später mit der Krim und Russland losging, war die Frage immer noch ungeklärt im Raum, ob man denn jetzt überhaupt das ganze Thema spielerisch umsetzen darf. Ja, also ist das moralisch verwerflich, wenn ein paar hundert Kilometer weiter im Osten Menschen sterben und gleichzeitig spielt man diese Szenarien jetzt in seiner Freizeit an einem Samstagabend. Oder ist es nur konsequent? Denn immerhin gibt es ja auch viele Spiele, die jetzt das Terroristen-Szenario aufgreifen, bei der man jetzt gegen islamistisch geprägte Terrororganisationen angeht und offensichtlich hat sich dabei nie jemand gefragt, ob das ethisch oder moralisch okay ist. Und das hat mich dann auch irgendwo stutzig gemacht, muss ich sagen. Wieso ist das so, ja? Warum scheint keiner ein Problem damit zu haben, wenn man ein Kriegsszenario im Irak oder Afghanistan nachspielt? Denn ja, das sind ja auch hochaktuelle Konflikte. Ja, hm, also ich denke, es hat etwas mit den USA zu tun. Also ich glaube, für die meisten Menschen in Deutschland sind US-Auslinesätze grundsätzlich erst einmal irgendwo legitim und jetzt keine Akte des Völkermords. Also ob das jetzt daran liegt, dass wir kulturell eng beieinander liegen oder zumindest dichter als zu anderen Nationen wie Russland, Israel oder China, weiß ich nicht. Aber es scheint mir so, dass wenn es etwas mit den Amerikanern zu tun hat, dass dann deren Konflikte grundsätzlich weniger kritisch hinterfragt werden als andere. Und jetzt spreche ich in erster Linie von Spielern, also mit Leuten, die tatsächlich Spiele spielen, die von den Amerikanern hinterlegt wurden, sozusagen. Also wir haben jetzt aber auch noch was anderes, und zwar diese ganze Scheiße im Gaza-Streifen. Und die Menschen hierzulande können sich ja nicht einigen, ob jetzt Israel oder die Palästinenser im Recht oder im Unrecht sind. Und in der Ukraine, da ist das Ganze jetzt noch zehnmal undurchsichtiger. Also da weiß wirklich kein Schwein mehr, was los ist. Und wer jetzt irgendwie im Recht ist oder nicht. Naja, aber das ist jetzt aber auch so für mich jetzt keine große Überraschung, denn ihr wisst ja, das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Und das gilt für diesen Konflikt oder für die beiden sicherlich jetzt sehr deutlich. Wie auch immer, zurück zu den Spielen. Also ich persönlich habe irgendwann wohl angefangen, eine Grenze zu ziehen, was die Gewalt angeht. Also ob diese Gewalt jetzt einem höheren Zweck dient oder nicht, ist für mich recht entscheidend. Ja, also es gibt eine Menge Spiele da draußen, da ist die Gewalt eigentlich nur Selbstzweck. Ja, also da spritzt das Blut literweise, da betteln die Menschen um Gnade und so weiter. Und das ist alles Bullshit, finde ich. Also das interessiert mich nicht und will ich auch nichts mit zu tun haben. Und die zweite Grenze für mich, was jetzt Spiele angeht, die kommt für mich dann auf, wenn es um Völkermord, tote Zivilisten und dergleichen geht. Also gerade in Arma, da ist es ja unglaublich einfach, sowas nachzustellen. Ja, wir haben ja jetzt von Bohemia Interactive eine Sandbox bekommen. Und da sind jetzt zwar nur, was die Zivilisten angeht, ich sage jetzt mal nur Männer und zwar kräftige, sagen wir mal Soldatenmänner. Also wir haben dort keine Babys, keine Kinder, keine Jugendlichen, keine Frauen und keine älteren Leute. Aber dennoch, das Ganze bleibt ja ein Sandbox-Spiel, bei der jeder machen kann, was er will. Also theoretisch kann ja jeder jetzt von uns sich 200, 300, 400 Menschen dorthin stellen irgendwo und dann sich in einen Panzer setzen, nur die alle virtuell töten, wenn er das toll findet. Ähm, also ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was ich jetzt damit meine. Ich will jetzt kein Videomaterial dazu machen müssen. Also ich finde das jedenfalls nicht toll und daher ist es auch, ähm, in meinem Clan verboten, Missionen jetzt mit solchen Szenarien zu spielen oder zu bauen, ja. Also professionelle Spieleentwickler sehen das möglicherweise anders. Also sehr viel Medienecho hat ja damals diese eine Mission in Call of Duty Modern Warfare 2 hervorgerufen, bei der man storytechnisch dazu gezwungen wird, Dutzende Zivilisten virtuell abzuschlachten, ja, auf dem Flughafen, ihr erinnert euch. Hier ist schon eine Szene davon. Und darum geht es jetzt auch in diesem GameStar-Artikel von 2013, bei der hinterfragt wurde, warum wir uns eigentlich so für Gewalt interessieren, ja. Und, äh, wie sehr jetzt die Entwicklerstudios inzwischen darauf bedacht sind, dass ihre Spiele nicht zu realistisch werden. Also dass man tatsächlich sich, äh, nicht darin ekelt und angewidert, ähm, davon abwendet, sondern dass man es toll findet, ja, diese Art von Gewalt, die man dort sieht. Hm. Also ich vermute diese Grenze, bei der wir Gewalt gut oder schon wieder schlecht finden, wird schneller übertreten, wenn wir es jetzt mit echten Kriegsszenarien zu tun haben. Also gerade jetzt, also Kriegsszenarien, die gerade jetzt in diesem Augenblick tatsächlich stattfinden. Und ich vermute auch, dass wir insgeheim zwischen Kriegsszenarien unterscheiden, die schon vorbei sind, also jetzt vor kurzem, oder so wie beim Zweiten Weltkrieg schon lange, oder die tatsächlich jetzt noch stattfinden. Also ich glaube, wir, äh, unterteilen das für uns immer wieder. Also zumindest für mich ist das jetzt ein Erklärungsansatz dafür, oder zumindest eine Theorie kann man sagen, dass eine Menge Leute überhaupt kein Problem damit haben, wenn es um Kriegsspiele, um den Zweiten Weltkrieg geht und jetzt egal, wie viel Blut da fließt oder so, Hauptsache sei, dass die Nazis dort die Bösen sind und der Rest mehr oder weniger die Guten spielt. und dann ist die ganze Sache auch, äh, okay. Und auf der anderen Seite ist es dann nicht okay, wenn es um irgendwelche Spiele oder um irgendwelche Szenarien geht, bei der nicht deutlich ist, wer jetzt die Guten sind und wer jetzt die Bösen sind. Weil, ähm, bei dieser Sache mit USA und Terrorismus, da ist das ja schon ziemlich klar, ne? Die USA gut, die Terroristen sind böse. Und, ähm, es könnte sein, ich vermute es jetzt mal, dass das eine der Hauptgründe ist, warum wir jetzt sagen, wir wollen keine modernen Szenarien in Spielen sehen, weil, äh, dort ist jetzt nicht ganz klar, ist das, ist jetzt der russische Einmarsch, äh, in die Ukraine, ist das jetzt irgendwo legitim? Ist das jetzt gut? Geht's da wirklich um Hilfsgüter? Geht's da um, äh, andere Sachen? Und, ähm, also, ich weiß es nicht. Also, es könnte wirklich sein, dass es so ist, aber auf der anderen Seite geht's auch immer wieder darum, mit Zivilisten und die Toten und dreht sich das in den Nachrichten und, äh, wie reagieren die Menschen darauf oder haben die das vielleicht alles schon satt, was dort läuft und möchte man sich nicht mehr mit dem Thema beschäftigen oder möchte man auf keinen Fall, dass die eigenen Kinder sich mit, äh, dem beschäftigen und vielleicht irgendwo falsche Ideen bekommen? Ja. Wie auch immer. Dieser Kanal hier, der dreht sich ja primär jetzt um die Militärsimulation Arma und viele von euch kennen die Inhalte des Spiels oder was man jetzt daraus machen kann. Daher denke ich, dass wir alle qualifiziert genug dafür sind, dass wir uns eine Meinung darüber erlauben dürfen, ob man jetzt aktuelle Konflikte nachspielen darf oder nicht. Und ich würde mich da jetzt über andere Meinungen in den Kommentaren oder vielleicht sogar per Videoantwort freuen. Ich bin JR, das war meine Meinung zum Thema aktuelle, reale Konflikte in Spielen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.